Musik Hallo, ich bin Vivian Bohm, bin 22 Jahre alt, studiere Politikwissenschaft im fünften Semester und bin bei der Grünen Hochschulgruppe, kurz GHG. Wir sind die Grünen Hochschulgruppe und wir stehen für eine basisdemokratische und ökologische Uni. Wir setzen uns für kulturellen Freiraum an der Uni ein, für politische Bildung an der Uni, für ein allgemeinpolitisches Mandat und ganz wichtig ist uns die Entschulung und Entökonomisierung des Studiums. Musik Wir möchten nicht, dass das Studium so ein striktes Durchrennen ist, bei dem man nur darauf bedacht ist, möglichst viele Credits zu sammeln, sondern auch einen Freiraum bietet für kritisches Denken, für kritisches Lernen auch. Deswegen setzen wir uns zum Beispiel für mehr Streichcredits ein. Das heißt, dass man Module, die benotet wurden, dass man die Note umwandeln kann und dann würde da stehen, man hat das Modul bestanden, aber ohne Note. Dafür zum Beispiel setzen wir uns ein. Außerdem für mehr Prüfungsformen, also dass man mehr Wahlmöglichkeiten hat zwischen Hausarbeiten, Klausuren, Portfolios, Essays und so weiter. Das ist so ein Themenkomplex. Der zweite Themenkomplex ist, dass wir uns für ein allgemeinpolitisches Mandat einsetzen. Das heißt, dass die Uni und die Studis für uns Teil der Gesellschaft sind und damit auch Teil einer gesamtgesellschaftlichen Politik. Bestes Beispiel dafür ist so der Wohnungsmarkt, würde ich sagen, weil da ja ganz gut sichtbar wird, dass wir als Studis Teil des städtischen, gesamtstädtischen Wohnungsmarktes sind, an denen wir besondere Bedingungen stellen, weil wir in der Regel nicht so viel Geld haben und möglichst nah an der Uni wohnen müssen. Und da geht es zum Beispiel für uns darum, dass auf dem Wohnungsmarkt nicht unterschiedliche, präkarisierte Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Also, dass zum Beispiel nicht Studis gegen Refugees ausgespielt werden. Genau, das ist ein ganz gutes Beispiel für so allgemeinpolitische Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Als drittes der ökologische Aspekt natürlich. Dazu sei erwähnt, dass wir mit der grünen Partei nichts zu tun haben, weil wir uns in wesentlichen Themen unterscheiden von ihnen. Natürlich ist grün als Label für ein ökologisches Verständnis schon irgendwie der beste Oberbegriff. Dabei setzen wir uns zum Beispiel für ein Angebot der Mensa ein, was mehr auf Bioprodukte spezialisiert ist, also regional und saisonal, auch mehr vegane und vegetarische Gerichte. Es geht um die Stromversorgung der Uni Recyclingpapier an der Uni. Solche Themen zählen dazu. Das sind so die hauptsächlichen Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und wir sind sehr dafür, mehr kulturellen Freiraum an der Uni zu schaffen, womit wir auch schon bei konkreten Zielen wären, die wir uns für die nächste Legislatur vorgenommen haben. Das ist nämlich unter anderem die Ausgründung des Stilbruchs, der studentische Veranstaltungskeller unten im Verfügungsgebäude. Da gibt es schon seit Jahren einen Hickhack darum, wie man das Stilbruch ausgründen kann. Das haben wir uns vorgenommen. Außerdem würden wir, sollte es einen linken Asta mit unserer Beteiligung geben, würden wir uns dafür einsetzen, dass nicht nur die Pflichtreferate besetzt werden, wie es im Moment der Fall ist, sondern dass zum Beispiel auch ein Referat für Transparenz und Öffentlichkeit gebildet wird, dass ein Ökologiereferat gebildet wird und ein Referat für politische Bildung. Das wären so konkrete Ziele, die wir haben und zusätzlich noch die Forderung, dass Engagement in der Hochschulpolitik nicht nur reines Geldverdienen ist, wie es im Moment von einigen Fraktionen gesehen wird, sondern dass es eben nicht umsonst Engagement heißt, wo man eben Arbeit reinsteckt und besonders zeigt sich das an der Erstsemesterbetreuung. Da wurde dieses Jahr sehr viel Geld für ausgegeben, dass sich da Menschen hinstellen und die Erstis betreuen. Das sehen wir auch ziemlich kritisch, weil das kein Job ist, um den Lebenslauf aufzuhübschen und irgendwie sich Geld in die eigene Tasche zu stecken, sondern es geht darum, den Studis zu helfen und das sollte für uns im Vordergrund stehen. Und ihr solltet uns wählen, weil wir für eine basisdemokratische und emanzipatorische Hochschule stehen, die ein ökologisches Verständnis hat und die politisch nicht an den Türen der Universität aufhört, sondern ein allgemeinpolitisches Mandat vertritt und weil wir kulturelle Freiräume an der Uni fördern und ausbauen wollen.